ist mir egal das kann ich machen vertraue ich nicht eh Toxie ist ein Stift und Block genau er hört gar nicht zu ja dann stehen sie mal auf und bewegen sie sich oh fuck da ist ein kaputtes Auto ist da ein Fahrer ist da ein Fahrer der Holzfelder Truck ist grad richtig reingebaut noch 3 Minuten ok oder 2 Toreto ok schlepp hier kaputtes Auto schlepp mal die Reihen das hier ab das da ok ich hab dir auch noch eins geschickt wir brauchen nur 3 viel Spaß Toreto ich bin unterwegs ich finde es gemütlich hier auf Umkleidemarkt bequem ok ich komme Toxie wo ist das Auto da oben sag mir wenn das da noch ist lass den Besitzer nicht dran überfahren den Toten Antiheld beeil dich die wollen grad mit der Axt mein Bein durchschneiden mit der Axt jetzt komm her komm her doch ich bin gleich da M.O.T ey Endwert Link von dir ist noch die Tür die Holztür und da hast du einen Krankenwagen Nein Nein die wollen mich betäuben die wollen mich betäuben die wollen mich betäuben Die haben mich betäubt, die wollen mich betäuben. Die haben gerade eine Betäubungsspritze angesetzt. Also da kann ich jetzt nicht... Nein, jetzt habe ich gefehlt. Hey Junge, der Besitzer ist nicht begonnen. Der Besitzer ist nicht begonnen, Junge. Wie soll ich... du sollst mich bitte hier drüber anschampfen. Nicht Angry Birds in den Wagen. Bist du drin? Ich bin drin. HäähähähähähähähähähähähÖ Wo mein Herricht... Du hast dich einfach genommen und über ne Wand geschmissen, Alter. Ja dankeschön. Ey die fahren hinterher. Warte rescue fährt euch hinterher. Aua einige kacke, wir haben gleich noch mal folges seperti. Noohohohohoho